Wie funktioniert Grid Trading? Kann ich damit Profite machen und für welche Marktlagen ist es denn geeignet? Damit beschäftigen wir uns heute im Video, denn ich habe Grid Trading jetzt ein bisschen genau unter die Lupe genommen und denke jetzt im Bärenmarkt ist es die absolut beste Zeit sowas auszuprobieren, vor allem wenn wir ein Long Grid gestalten. Wie das Ganze jetzt wirklich im Detail funktioniert, darum geht es in diesem Video. Und natürlich herzlich willkommen an alle die zusehen, wie immer über einen Daumen nach oben freue ich mich und wenn du noch nicht Abonnent dieses Kanal bist, unbedingt abonnieren, um nichts mehr im Bereich der dezentralen Finanzen und Kryptowährungen zu verpassen. Wie ihr schon seht, ich habe schon ein Grid in meinem Chart drinnen, das Ganze teste ich jetzt seit 5, 6 Tagen. Ich habe das einfach lange recherchiert, wie das funktioniert, habe mir wirklich viele Überlegungen gemacht, was denn jetzt am meisten Sinn macht und heute zeige ich euch mal so meine Einschätzung und wie man da am besten vorgehen kann. Bitte bedenke eins, das Ganze ist jetzt kein Finanzberatungsvideo oder sonstiges, es ist wirklich eine Spielerei im Kryptobereich, die meisten Gains mache ich selber mit dem Kaufen und Halten von Bitcoin über eine sehr sehr lange Zeit, wo ich mir das Geld dort auf die Seite lege. In dieser Marktlage allerdings denke ich mir wirklich, ist Grid Trading sehr schlau anzuwenden, vor allem wenn wir halt denken, okay wir sind schon im Bereich des vermutlichen Bodens, wir könnten vielleicht noch eine 50% Korrektur sehen, aber davor kann man sich natürlich auch schützen. Und jetzt schauen wir uns das ganze Thema mal an, wie Grid Trading funktioniert. Ihr seht, ich habe in meinem Chart eine Price Range eingezeichnet, beziehungsweise mein Grid ist dort mit den Einstiegen und Ausstiegen schon wirklich festgelegt. Und das Gute an einem Grid ist folgendes, du kaufst ohne Emotionen, denn das macht für dich eine festgelegte, programmierte Instanz, die dann tatsächlich einfach in Abständen kauft und in höheren Bereichen verkauft, wie es jetzt bei meinem Long Grid grundsätzlich ist. Im Detail kannst du es dir so vorstellen, dass innerhalb meiner Price Range der Bot folgende Möglichkeiten hat. Wenn wir uns die letzten zwei bis drei Monate Revue passieren lassen und das Ganze mal auf diese Zeitrahmen sehen, dann können wir eines zum Beispiel einstellen. Den Grid habe ich eröffnet circa bei dieser Price Range in der Mitte, allerdings auch erst vor wenigen Tagen. Der Bot hätte hier quasi eine Anfangsposition gesetzt, er hätte gekauft. Spot oder mit Hebel ist dann natürlich Einstellungssache. Ich persönlich habe Spot und Hebel ausprobiert, allerdings nur mit einem 2x Leverage, weil wir hier vielleicht noch korrigieren könnten. Und ich möchte das ganze Thema so betrachten, dass ich in Ruhe schlafen kann und nicht jeden Tag drauf schauen muss. Es macht natürlich erst recht Spaß, wenn du jeden Tag drauf siehst und es im Plus ist. Mein Startkauf hier wäre quasi am ersten Tag wahrscheinlich schon ins Minus gerutscht, was dem Grid allerdings nur zugute kommt, denn meine Einstiege werden hier wirklich sehr eng getaktet immer und immer wieder gesetzt, wenn der Kurs nach unten fällt. Das ist natürlich extrem super, weil man auch diese Price Ranges ganz in der Bodennähe beziehungsweise im lokalen Boden tatsächlich mit Profit beziehungsweise perfekt catcht. Wenn der Kurs dann dreht, dann fängt es dann rückabwickelnd an, alle meine Long Positionen im Plus zu schließen. Zack, zack, zack. Also das geht wirklich teilweise schnell, da kannst du bei volatilen Zeiten und engen Grids extrem gut und schnell Profite machen. Und wenn das Ganze dann oben angekommen ist, Profit, 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 dann fängt es bei einer Korrektur an, wieder Long Positionen aufzubauen. Und diese Long Positionen werden dann im nächsten Step bei einem Kursanstieg wieder im Profit geschlossen. Man muss sich aber auch allerdings denken, immer bei diesen Hochpunkten werden auch Longs gesetzt, wenn wir da noch nicht auf diesem Kurslevel waren. Das geht quasi einfach in einer Tour so hoch mit Longs. Bei den Korrekturen werden ebenfalls Longs gesetzt. Und wenn wir dann wieder hochgehen, holt es die ganzen gesetzten Longs einfach mit Profit ab. Über die letzten Monate hinweg wären hier quasi sehr stark Long Positionen geschaffen worden. Immer auch mit Profite nehmen. Also das geht eigentlich in einer Bewegung mit. Sprich werden hier Profite genommen. Hier wären wir kurzzeitig immer und wirklich immer im Minus gewesen, weil natürlich Long Positionen am Weg nach unten gesetzt werden. Diese werden aber dann 1 zu 1 wieder im Profit geschlossen. So geht das hier die ganze Bewegung mit. Und wir setzen über der oberen Grenze keine neuen Trades. Das heißt, in diesem Bereich werden keine neuen Longs gesetzt. Wenn ich das natürlich so einstelle, ich kann auch die Grenze, obere Grenze bei 40.000 einstellen. Und bis 40.000 gehen wir mit Long Positionen rein. Dafür ist es natürlich dann auch so, wenn wir von 40.000 runter korrigieren, wirst du eine Zeit im Minus traden bzw. einfach im Minus halten. Was überhaupt nicht schlimm ist, weil wir wahrscheinlich im Bitcoin Bodenbereich sind und vermutlich in spätestens einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder mal über den 25.000 Dollar traden. Sollten wir wirklich stark korrigieren. Und ab diesem Crash habe ich quasi wieder Long Positionen aufgebaut, Long Positionen aufgebaut. Und diese sind hier jetzt zum Beispiel ganz kleine Einsätze, wo ich es ausprobiert habe. Hier 214 Dollar hatten wir in fast zwei Tagen mit einem Zweierhebel, also wirklich ganz vorsichtig und konservativ, hier 2% Profite erwirtschaftet. Finde ich wirklich cool. Wir haben auch sauber den Bottom gecatcht. Ist jetzt Zufall, aber das kann natürlich Long Term auch noch tiefer gehen. Wir haben auf jeden Fall schon mal Profite gemacht. Bei KuCoin, wo ich das zuerst begonnen habe, kann ich natürlich zwischen Futures Grid und Spot Grid wechseln oder einfach aussuchen. Bei dem Spot Grid, den teste ich jetzt ein bisschen über 5 Tage. Es ist tatsächlich so, mit 100 Dollar wirklich einfach Spielinvestment zum sehen, wie das Ganze auch funktioniert. Da werden einfach Spot gekauft in 1 Dollar Tranchen. Also tatsächlich so kleine, minimale Einstiege, dass du wirklich nur ein paar Cent Profits oder Losses machst. Aber wenn wir langfristig nach oben gehen, macht es natürlich Sinn. Meine Price Range hier ist zum Beispiel bei 14.000 bis 26.500, weil wir aktuell natürlich diese Angst im Markt haben, immer korrigieren könnten. Mt. Gox, FAT und und und. Also dementsprechend setze ich hier meine Longs auch bis ganz unten, bis 14k rein. Sollte auf jeden Fall nicht unbedingt der Totalverlust werden, wenn ich so konservativ reingehe. Es wird ja auch Spot gekauft, das heißt eine Liquidierung ist ja gar nicht möglich. Es können rein meine 1 Dollar Tranchen halt minus 99,9% machen. Sollten wir wieder rauf gehen, lebt mein Trade und mein Grid noch und es wird hier weiter gelongt, gelongt, gelongt. Beim Futures Grid ist es tatsächlich so, wenn ich jetzt einen Zweierhebel nutze, dann ist es so, dass ich tatsächlich liquidiert werden könnte. Und zwar beim Zweierhebel, wenn wir jetzt mal die Spreads und Co. Gebühren weglassen, kann ich eine 50% Korrektur überleben. Ich habe ja quasi das Doppelte meines Einsatzes drinnen und wenn wir 50% korrigieren, dann ist mein Einsatz quasi weg. Auf den größeren Timeframes sieht man allerdings, dass wenn wir hier 50% korrigieren, dass wir im Preisbereich von unter 10.000 Dollar sind. Und das ist wirklich schon weit über meinem Worst Case Szenario. Also ich halte hier den Zweierhebel für überlebbar. Also bis 10k ist hier mal alles safe. Darunter wird eh fast gar nichts mehr an Long Positionen eröffnet. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass wir so weit runterrutschen. Ist aber einfach so eine Vorsichtsmaßnahme, den Bottom hier vielleicht eventuell perfekt zu catchen mit einzelnen kleinen Trades. Und aktuell macht es für mich halt Sinn, dass ich einen Hebel nehme. Und ich habe auch persönlich vor, dass ich meine ganzen Restbestände an Fiat hier jetzt quasi in den Markt rein splitte. Ganz, ganz kleine Tranchen, einfach mal Stück für Stück. Ziel ist so, dass ich das so auf 5.000 Dollar in die Richtung hoch bekomme, dass meine 5.000 Dollar hier den Boden ein bisschen abfischen und Seitwärtsbewegungen einfach optimal longen. Das geht hier wirklich einfach, wenn du noch keinen KuCoin Account hast. Du kannst dich hier unten mit dem Link in der Videobeschreibung registrieren. Damit unterstützt du mich natürlich und ich verdiene immer ein bisschen was an den Gebühren mit. Ist aber natürlich mit dem Link sehr cool. Du sparst dir 20% bei KuCoin mit meinem Link. Erstellen kannst du das Ganze wirklich einfach bei Trade hier oben in der Tabelle. Gehst auf Trading Bot und kannst dann schon auswählen, welchen Grid. Spot Grid, Futures Grid. Und es fragt dich natürlich am Anfang immer, wenn du auf Customize gehen, willst du Long oder Short gehen? Und ich bin aktuell definitiv der Typ, der sagt, mehr Long gehen. Du gibst ganz einfach ein Low von zum Beispiel 10.000 Dollar ein. Da musst du wirklich nach deiner eigenen Recherche gehen. Hier zeigt es mir das mindeste Low oder das tiefste Tief, was ich eingehen kann mit 10.500 an. Und das High, wo ich danach nicht mehr Long gehen möchte, ist zum Beispiel 30.000 Dollar. Und in diesem Bereich möchte ich maximal 100 Grids erstellen. Da sieht man auch schon, dass es quasi für 100 Trades gar nicht reicht. Diese 580 Dollar brauchte ich mindestens 1.100 Dollar. Da ist dann in 10 Dollar Schritten rein, Cost Average. Mit zum Beispiel 50 Tranchen funktioniert das Ganze mit meinem Betrag schon wunderbar. Und ich kann hier dann quasi meinen Betrag auswählen und gehe hier quasi Long. Sehe hier nochmal meine Zusammenfassung. Passt mir, der Zweierhebel. Ich überlebe also quasi von 20.000 auf 10.000 gerade noch so. Habe 50 Orders drin und pro Grid werden 2 bis 7% Rendite möglich sein, wenn sie geschlossen sind. Und Liquidation bei mir wäre jetzt 6.671. Passt perfekt. So möchte ich das. Ich denke nicht, dass wir so tief rutschen. Und jetzt läuft quasi hier schon mein zweiter Grid nach 2 Tagen nach dem ersten Start. Bei BitGet habe ich das Ganze auch gemacht. Dort läuft es überraschenderweise am allerbesten. Also das habe ich vor 20 Stunden jetzt gestartet. Ist auch nicht so alt. Es kann natürlich noch ins Minus rutschen oder hochgehen. Haben wir einfach zufällig gut den Bottom getroffen mit unter 20.000 Dollar. Und der Einsatz hier mit 474 Dollar ist jetzt mit einem Prozent und ein bisschen was im Gewinn. Für den ersten Tag super. Ich persönlich rechne, dass wir in der Price Range vielleicht noch ein halbes Jahr bleiben könnten. Bis unter die 30.000 ist es einfach möglich. Und ich kann hier wirklich optimal alle Seitwärtsphasen nutzen. Muss nicht die ganze Zeit am Handybildschirm sein oder auf dem Laptop. Habe keine Angst um mein Geld, weil ich ja grundsätzlich im Dollar bei der Downside abgesichert bin. Und wenn wir hochgehen, machen meine Long-Positionen einfach jeden Tag gewinnen. Das Risiko, was man natürlich hat, dass man vielleicht zu hohen Hebel reingeht, würde ich jetzt auf gar keinen Fall empfehlen. Dass der Preis generell in die Liquidation rutscht. Bei 6.000 Dollar halte ich das allerdings für überschaubar, das Risiko. Und deswegen finde ich Spotgrid eigentlich extrem perfekt. Das lassen wir einfach liegen. Ein Update wird es vielleicht ab und zu mal kurz in dem Video geben. Aber ich denke, das wird vielleicht alle Monate mal relevant sein, dass wir da reinschauen und sagen, okay, aus den 1.000 Dollar oder aus 5.000 Dollar wurden jetzt 5.500 Dollar oder so in die Richtung. Weil es ist was Unspektakuläres, es ist was Langweiliges. Aber genau diese konservativen Investments sollten, glaube ich, nicht so schlecht performen. Natürlich ist das Ganze nicht nur auf Bitcoin möglich. Ihr könnt da quasi auf Ethereum, auf Solana, Matic, auf jeden Altcoin hier diese Grids setzen. Und natürlich wird es spannend, wenn wir Bodenterritorium haben, dass wir dann nur noch long, long, long sind, was absolut perfekt ist. Natürlich muss ich wieder mal Danke zu euch sagen. Denn erstens für die richtig coolen YouTube-Bewertungen freut mich, da wir bis zu 250 Likes auf dem Video bekommen. Wäre mega krass, wenn wir das auch bei diesem Video hinbekommen. Also kurz das Handy umdrehen oder auf Like drücken, das wäre eine mega Sache. Würde mich super unterstützen und dem Algo zeigen, dass dieses Video vielleicht im Bärenmarkt jetzt extreme Profite bei jedem auslösen könnte. Und noch eine coole Sache, ich habe es zwar noch nicht nachgefragt oder bestätigt. Wir sind beim Grizzly Fire Gewinnspiel auf Platz 3 gelandet. Das heißt, ich habe 100 Tokens gewonnen, die jetzt einen aktuellen Wert von fast 9000 Dollar haben. Und ja, sobald ich da eine Bestätigung habe, dass das auch so safe ist und durchgegangen ist, dann wird es natürlich meine Tokens ausgeschüttet geben, über ein Jahr gewestet. Und die werden wir alle schön verlosen. Natürlich wird das nur unter den Abonnenten des Kanals aufgeteilt. Das heißt, unbedingt abonnieren und dann verpasst du über die nächsten 12 Monate kein Gewinnspiel mehr. Ich denke, das wird einfach so in 50 Dollar Giveaways eskalieren und jedes Video wird einfach was rausgehauen. An jeden von euch hat da die Möglichkeit zu gewinnen. Dank euch ist das überhaupt entstanden. Und ich denke mir einfach, ja, wir nutzen einfach mal die Reichweite hier, cashen ein bisschen ein und geben das Ganze einfach wieder 1 zu 1 raus. So sollte es auf jeden Fall fair für jeden sein. Und wenn du natürlich einer der wenigen bist von den 100 Gewinnern und tatsächlich auch gewonnen hast durchs Zufallsprinzip, dann lass unbedingt einen Kommentar da und sag, wie viele Votes du hattest oder wie viele Entries. Das würde mich nämlich mega wundern, wenn es viele Leute aus der Community geschafft hätten. Und wenn es ein, zwei, drei Leute sind, ist es natürlich umso besser. Also wir werden hier einfach mal abwarten, welche Ergebnisse wir so mit unserem Grids erwarten können. Ich persönlich bin da sehr, sehr, sehr geduldig und muss da nicht die größten Risiken eingehen. Für mich ist das Fiat-Geld hier ziemlich gut aufgehoben und die Stablecoins sollen hier einfach mal ein bisschen ihre Arbeit leisten. Futures Grids kann man machen, ist ein bisschen mehr risky. Ich bin bei den Spot Grids auf jeden Fall ziemlich, ziemlich bullish, wenn wir uns den aktuellen Markten sehen. Und wenn du dich natürlich schon mit Grid Trading auskennst, gerne einfach in meiner Telegram-Gruppe vorbeischauen. Und wenn du natürlich Neuling bist ebenso, Link ist in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr gerne eure Erfahrungen teilen. Wir haben auch auf Telegram eine eigene Didis Trading Austauschgruppe, wo wir einfach ein bisschen über irgendwelche Entries, Preise und Co. ein bisschen diskutieren können. Da kannst du natürlich auch joinen. Link ist auch unten drunter in der Videobeschreibung. Und jetzt muss ich kurz den ASMR Teil machen mit... Das Getränk ist einfach das allerbeste am Vormittag. Also Leute, wie immer, es hat mich gefreut, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Wir sehen und hören uns dann definitiv im nächsten Video. Wie immer wünsche ich euch auch Happy Gains mit Grid Trading und mit Bitcoin im Bärenmarkt. Und dann schauen wir, dass wir im Bullenmarkt Maximized Profits haben. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Ciao, ciao.